Das zur Deutschen Post gehörende Unternehmen will die Auslieferungszeiten besser an den Empfängern ausrichten und damit seinen Kundenservice verbessern. Bereits ab dem kommenden Wochenende sollen Pakete daher nur noch nachts zwischen 0 und 5 Uhr zugestellt werden. So soll sichergestellt werden, dass die Empfänger garantiert zu Hause sind, wenn der Bote klingelt. Mit dieser Neuerung vermeiden wir Unmut und Frust. Erstens muss sich der Kunde nicht mehr über einen Benachrichtigungsschein im Briefkasten ärgern und zweitens entlasten wir den Berufsverkehr, wenn die Lieferanten nur noch nachts fahren. Es ist im Grunde genommen eine Win-Win-Situation für alle. Der Paketdienstleister betont, dass auch Menschen mit tieferem Schlaf sich keine Sorgen machen müssen, den DHL-Boten zu überhören. Die Mitarbeiter werden angehalten, mindestens eine halbe Minute lang Sturm zu klingeln und dies bei Nichterfolg bis zu fünfmal zu wiederholen.